Ich streame einfach mal nebenbei, aber ich achte nicht drauf. Äh, Short-Livestream, I guess. Weil ich will. Geld, Geld, Ironie. Ich hab einen Titel. Das war Ironie, Mann. Mit Short-Livestreams sind es noch weniger für den richtigen Short. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So. Bro, Mike, bist du gerade 80 Jahre älter geworden, oder was? Ja. Wenn ja in der Lobby doch eine Antwort machen. Bro, ich glaube, ich nehme einfach die Outtakes als Anmoderation. Wieso ist ein 20-Kampfsystem schlecht? Gipfelstürmer, heißer... Warte, 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 bevor du dich spoilern lässt. Gipfelstürmer. Gipfelstürmer, let's go. Ja, ja, das wird jetzt geil. Da auch hab ich jetzt richtig Bock. Nein, warum, warum, du bist so gut hier drin, ich nicht? Ja, guckt euch mal den Rekord an. Also, das hab ich ja noch nie gesehen. Ich bin runtergefallen, ich bin runtergefallen. Ich glaube, ich troll nicht rein, oder? Soll ich ihn lassen? Doch, voll rein, voll rein, voll rein. Der hat auch Leute runtergehauen, der hat auch Leute runtergehauen. Hab ihn runtergehauen, hab ihn auch runtergehauen. Jungs, guckt euch dieses legendäre Treppchen an da. Eins, zwei und drei. Und noch eine drei, ich hab das Beste gewürfelt, ich bin erster, Junge. Mit dir scared, Junge, auf einem Fels. Let's go. Ich hab auch heißer Boden. Oh nein. Nee, heißer Hoden. Let's go. Bro, wie so heißer Spiele, heißer Hoden, Junge. Ich hab erstmal nicht mal mitbekommen, dass da heißer Hoden steht. Ich hab mir so, hä, Digger? Komm hier, Mario, Mario, Mario. Mario, Gubi, Fortnite. Ey, also Mike, wenn ich dich jetzt theoretisch spiefen würde, so, ne? Wärst mir dann sauer? Nee, ich bin schon gespielt worden. Ja, sonst hätt's ich jetzt auch gemacht. Ah, da vorne seh ich ja noch einen anderen. Scheiße, ich hab mich selber getrapped. Du hast grad selbst getrapped. Nein, ich hab mich selber. Oh, ich hab mich grad selber getrapped, weil ich unbedingt Chris killen wollte. Also, in Minecraft. Ja, ich hab das so. Bunter Boden. Ja, ja, und auch nee, Digger, Schere, Chris. Wir beide können direkt direkt auf. Nein, Digger. Gerdes, hier ist zu kurz drin. Eigentlich müsstest du hier direkt eigentlich runterfallen für den Content. Ja, für den Content, aber ich meine, in Mario Party geht es mir nicht um den Content, sondern um die Ehre. Ich dachte, ich hatte Gelb in der Hand. Ja, jetzt fliegen viele raus, I guess. Ja, was soll ich da machen, Bro? Ja, schade. Ich hab ne 6 gewürfelt. Nein, ich geh dann ne 6. Ich hab ne 6 für ne 3 gewürfelt. Ich fühl mich grad so richtig gut, ne? Ja, schaut mal, wer erster ist. Oh, wer ist erster? Chris kill. Okay, springen und laufen. Also, Jungs, der Rekord zieht schon wirklich, also, boah. Nein! Was war das grad für ein männlicher Schrei? Ja, Jungs, ich bin drin. Die 6 für einen bewegenden Dinger. Jungs, was krieg ich, wenn ich jetzt ne Doppel 6 für 5? Gar nicht. Ne 2, ja. Bruder, perfekt. Oh, Chris! Chris! Hallo! Ihr habt cold moments, der Gart, du Trolls. Ihr habt cold moments! Ich weiß nicht, was man hier gut macht, ich weiß es nicht. Für was muss man eigentlich diese Dinger da einsammeln? Für was, da ist so ein Balken, der abläuft. Das ist doppelte Punkte. Also, warum ist hier so ne Stille gerade? Sind alle konzentriert, oder was? Ich treff grad grad wirklich alles, Mann. Da feiert gar nichts, Mann. Ich bin nicht mal aufs Däppchen. Ich hab so gesweatet. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich in Scheißstand so gut bin, Bro. Ich bin Vierter. Ne 3? Was hast du gewürfelt? Ich hab ne 9. Ne, ne 8. Ich hab zweimal Scheiße gewürfelt. Ich hab einmal ne 4 und einmal ne 2 gewürfelt voran. Stollen-Armin-Gefecht, Bro. Wieso heißt denn das Stollen-Streit? Was heißt überhaupt Stollen? Ist das nicht irgendwas zu essen oder so ein Gebäck? Stollen, das ist nicht Stollen. Nein, Stollen ist ein Minenspiel. Fußball. Achso, ich sag grad Stollenschuhe. Ich mach nur Minusherz, ich hab Schmerzen. Nein, ich wurde direkt niemals im Leben. Ich wurde direkt weggesnackt. Weggesnackt? Ich hab nicht mal gesehen. Ja, ich wurde von 2 Leuten direkt weggesnackt. So ein kleiner Snack nebenbei, sagst du? Ja. So ein bisschen Mike Eagle gesnackt, ey. Mike Eagle gesnackt, Junge. Es wärs einfach, keine Ahnung, irgend so ein Medikament oder so. Vielleicht ein Snack, aber nicht ein Medikament. Medikament? Ja, du hast Medikament genannt. Ich hab Medikament gesagt, nicht Medikament. Hm, sagst du auch Medikits? Medikits. Nicht Medikits, sondern Medikits. Oh, ich hab weißen Schwert. Mein Leben ist wunderbar. Ich bin, ich bin, ich hab auch gutes Equip eigentlich. Ich hab nur ein Steinschwert. Geht raus! Kann das kauft das bei mir? Der Allerechte. Das wird so eine Loser-Runde von mir, ne? Aber ich bin einfach auch nicht der... Chris, nicht wegrennen. Ich mach keinen Schaden. Du zelass mich. Ich geh doch zuerst auf den anderen. Das ist so ehrenlos, oder? Ehrenlos. Mann, Bro, jetzt ist der eine da hinten und chillt da erstmal, oder was? Wenigstens bin ich noch Top 3. Ich hab noch eine Chance, hoffentlich. Camp da oben. Was ist mit ihm los? Ich glaub, ich sollte die Runde sowieso gewonnen haben. Nee, nee, nee. Ich muss 6 würfeln. Der 3, okay, der 3. Wir haben noch 4. Hier. Nein, ich... Das ist nicht wahr. Ich hab da 5 gewürfelt. Oh, vorn ist das hier, Junge. Ich werde nicht aufs Trebschen kommen. Oh, nein, nicht. Flugreptilrückzug. Bro, dieser Name ist ja so geil. Kannst du das nicht? Flugreptilrückzug. Bro, anstatt einfach Drachenflos. Flugreptilrückzug, Bro. Ich hab mich grad selbst gekillt. Nein, oder? Ich dachte so, ich werf das wieder nach rechts. Es fliegt einfach gerade. Das ist Zuschauer-PUV hier, die ich grad gebe. Zuschauer-PUV. PUV-Design-Zuschauer in Minecraft. Das Geld ist ganz erster. Weit, weit vorne. Jungs, habt ihr jetzt schon die neuen Gunnergy-Sorten probiert? Alle bis auf den lilanen. Das war fast so aus wie den Move, den ich grad habe. Ich werf die und dann spring ich einfach rein und dann bumm. Der Brach ist mit Tamiya. Wenn ich jetzt nicht mal es schaffe, 1000 Punkte Vorsprung zu haben oder so, oder 1000 Punkte insgesamt zu haben, das ist kein Video-Wert dann. Dann kann ich das leider nicht hochladen. Ja, Bro, was ist das denn? 808 Punkte. Komm, ich will mindestens jetzt einfach eine 6 und eine 6 würfeln. Oh, eine 6, okay. 3. Nein. Jungs, maybe ich habe 11 Werder Vorsprung. Ich bin nicht mal mehr Zweiter. Ich bin Sechster. Ich bin Sechster immer noch. Neun Felder über den Ziel. GG. GG? Ey, war eine echt geile Runde, ne? Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Checkt Mike aus, checkt Upp Rico aus, checkt Chris Kill aus, sein Zweikanal. Und, äh, jo. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Wir sehen uns.